Servus Leute, wie geht's euch heute? Ich bin's wieder, Rollo Mengenmanns. Ich herzlich willkommen zu dieser weiteren Runde der Freundschaftseroberung. Heute wollen wir uns diese Festung mal reinziehen und mal gucken, ob wir sie auch überstehen. Als Oberherren haben wir gegen uns den Frag Sturmbringer, einen Schlechter des Dunkelstammes. Und ja, das war's auch schon. Es ist ein Sturmbringer und das ist halt nice. Sturmbringer sind halt cool. Er ist aber kein typischer Sturmbringer. Warum nicht? Weil er erst mal nicht diese Hand hat, den Handschuh von Sauron. Dazu kommt noch, er hat zwei Schwerter. Der normale Original-Frag hat das nicht. Und die Schwerter sind auch nicht ganz richtig, denn der hatte nämlich so eine Morgul-Klinge. Der hier hat nämlich die Schwerter aus Lidlatt. Nur so beiläufig, ne? Satra, der standhafter Basic-Uruk, ne? Nur am tiefen Forscher, finde ich ganz cool mit dem Helm. Da sieht es so aus, hat er da ein ganz kleines Masken-Gesicht, ne? Shane nicht. Astamo, der Stich. Cool wieder mal ein Stich. Auch mal zu sehen, ist auch mal ganz nice. Mir gefällt vor allen Dingen, ja? Gefällt mir dabei erstmal, gibt's zwei Sachen, die auf jeden Fall jetzt auffällig sind bei ihm. Ich finde, sein Auge ist so krass zugeschwollen. Und das sieht nochmal um einiges cooler aus, finde ich. Ich weiß gar nicht. Bei anderen sieht das auch, glaube ich, ich finde, bei ihm fällt das extrem auf. Wahrscheinlich auch durch diese schwarze Farbe, die er dabei hat. Das könnte früher mal ein Ladenhüter gewesen sein. Banditenstamm würde nämlich auch passen. Ähm, ich glaube, das war mal ein Ladenhüter. Ich bin mir fast sicher. Jetzt gucken wir erstmal auf die Hose. Na, so, äh. Die Hose gibt leider nicht so viel Aufschluss. Aber ich glaube, es war mal ein Ladenhüter. In Olox ist das nicht sehr häufig zu sehen. Ein Hornblazer, auch eher Basic Uruk. Ähm. Okbu, der Klumpkop. Das finde ich natürlich geil, mal wieder sowas zu sehen. Klumpköpfe. Oder generell diese hässlichen mal zu sehen. Finde ich ganz schick eigentlich mal so. Ähm. Warum? Ja, das hat ganz einfach einen Grund. Man hat es so lange nicht mehr gesehen, finde ich. Die sind ein bisschen in der Versenkung versunken irgendwo. Ähm. Alter, da hilft auch keine plastische Chirurgie mehr bei dem Kerl. Also, ich möchte nicht sagen, dass er hässlich ist. Aber ich kann auch nicht sagen, dass er nicht hässlich ist. Und dass er schön ist und lang nicht. Was soll's. Nichtsdestotrotz, denke ich, können wir auch getrost jetzt hier anfangen. Und loslegen. Let's go. So, die Schlacht kann losgehen. Ich freu mich. Sehr sogar. Wir sehen auch Golben den Verstümmelten. Ich überlege, ob... Es ist auch wieder ein Wunsch für Champions of Mordor reingekommen. Schreckensstamm gegen Dunkelstamm. Finde ich eigentlich eine ganz geile Idee. Und, ähm. Da könnte ich mir vorstellen, dass der gute Golben auch mal wieder dran muss. Ja, so, auch vor allen Dingen auch hier in Kirit Ungol, glaube ich, da passt es ganz gut hin. So, so, was haben wir als Erstion? Wut, der Waffenschmied, der sieht ein bisschen unentschlossen aus. Was soll man hier? Äh, Satra, der Standhafte, der kriegt gerade auf die Fresse. Und eine Gewitterwolke. Nice, Wund, aber wie der aussieht. Geil. Nice. Das ist ein Pferdensucher als Gewitterwolke. Sehr, sehr cool. Ein bisschen was anderes, auch mal so eine kleine Variation zu sehen, finde ich ja persönlich immer ganz geil, ne. Jetzt muss ich erstmal die Leute hier von oben ein bisschen ärgern, ne. Man kann ja nicht dir sagen, dass man hier so, so, ach, der ist beschutzt, ich ja die Sau. Willst du eins auf die Fresse, du Sau, guck ich mal an, wie du auch da siehst. Ich bin ja nicht gerade. Wie du von hinten aus siehst. Das, ich wollte gerade sagen, dass du hässlich bist. Und jetzt sagst du, dass ich hässlich bin. Naja, jedenfalls bin ich kein Hübscher. Aber hab ich auch, hab ich auch nie behauptet. Lass mich doch alle rufen. Ich kann nichts dafür, dass, dass die Spiegel platzen, zerplatzen, wenn ich da reingucke. Ah, schön. So ein bisschen selbstironisch sein. Oder auch nicht. Vielleicht ist das mal ein voller Ernst, ey. Scheiße, scheiße. Die bringen sich ja gerade gegenseitig um. Es sind auffällig viele, ähm, oh. Ja, geil. Den Stich bringt der um, ihr Eierköppel, ne. Das ist so eine super Sache. Warum auch nicht? Bringen wir den Stich um. Wo vielleicht Lemming-Wanns mal denkt, den möchte er aus der Nähe sehen. Aber wofür denn auch? Doch, ich kann dir ganz gewaltig wehtun. Ich muss jetzt erstmal hier ein paar Karagos spawnen. Ist hier sonst noch irgendwas? Oh, geil, Morgai fliegen. Mal gucken, was das bringt. Oh, ein Stahlbart. Glaube ich ist das. Müsste ein Stahlbart sein, ja. Irgendjemand hat mir, hat mir versucht umzubringen. Was soll das? Oh, shit. Ich glaube, hier sind aber auch... Das ist ein Kommandant. Das ist okay. Das kann man mal machen. Ähm, ach ja. Deswegen sollte man keinen, ähm, Uruk, der mit Gift, äh, besonders, äh, für Gesicht, für, nicht für Gesicht, für Gift besonders anfällig ist, äh, reinpacken in, also beim Dunkelstamm. Weil die haben halt überall Gift. Ist aber nur so, so ein klein, äh, so was, was mir jetzt auch gerade erst aufgefallen ist. Wieder einmal habe ich so getan, als wüsste ich, wovon ich rede. Nein, ich habe keine Ahnung. Skow der Treue. Was geht denn jetzt ab? Yo! Der ist einfach umgekippt und jetzt kriegt der trotzdem den, äh, den Kopf, äh, nicht den Arsch vom Kopf, den Kopf vom, vom Rumpf getrennt. Was will ich denn mit dem Arsch? Ich weiß auch nicht. Geh doch mal weg hier! Mein Gott, ey. Und was willst du? Hä? So, die schlitzten wir jetzt auch noch auf. Alter, jetzt guck mal dem, oh, ist der, alter, wir gucken den aber direkt ins Auge, ey, ey, guck mal hier, wir sehen sogar die zwei Zahnbelag, krass. What the fuck? So sehen wir die Schnittstelle aus nächster Nähe und die kleinen Grafikfehler noch, alter. Was ist denn mit dem hier? Ach der hat nur umgebracht, der Glückspilz. Der dunkle Herrscher blickt auf mich heran. Dein Tod wird ihn erfreien. Cool, äh, cool, äh, der sieht cool aus, der sieht nicht schlecht aus. Das ist jetzt kein Special Oro, aber er sieht ein Eiser aus. Ich glaub, Glückspilze sind sogar, äh, Lucky Shots, ne, auch für das, für das deutsche Übersetzt, glaub ich. Weil, es gibt keinen Glücksschuss oder sowas. Weil, das ist der Lucky One. Ich war, ich weiß das grad gar nicht. Ich glaub eh, dass die Übersetzung teilweise manchmal ein bisschen, äh, ein Team, also vielleicht sogar von dem ursprünglich ziemlich arg abweichen, aber okay, man, man kann's nicht ändern. So, lebt hier noch was, möchtet ihr noch was leben, möchte hier jemand sterben, möchte hier vielleicht einer ordentlich in die Fresse geschlagen bekommen. Dafür sind wir hier. So, jetzt hab ich erstmal hier, meine ganzen Versager wiederbelebt. Die jetzt wie ein Haufen Irrer auf die... Hi. Oh, cool, ne Maschine. Oh, hi. Meine Jungs erledigen dich. Dein Tod wird ihnen ein Lächeln entlocken. Das gleiche Lächeln, das ich noch gern hätte, bevor mir alles egal wurde. Also, das kann man natürlich, äh, also ja, glaub nicht. Also, ein Lächeln ist doch immer was Schönes, ne? Ein Uruglächeln, was gibt's denn Schöneres? Wo man... Es ist so schön. Wenn man's sieht, würde man denjenigen, der das Lächeln hat, am liebsten einfach überfahren. Jo. Sehr gut, er ist tot. Der Kriegsmeister hier. Der Kriegsmeister, kleister, scheister. Wir gehen gut zu sein. Es geht gut voran. Wo ist er, also, so schön. Ha. So. Was sind das für einer? Ach, das ist uns, das ist einer von uns. Ich weiß gar nicht mehr, wer auf meiner Seite kämpft. Ich blick gar nicht mehr durch. Manchmal, wirklich in so einem Schlaggetümmel, ich schlage auf alles ein, was ich bewegt. Hauptsache, das bin ich selbst. Da haben wir den hässlichen. Da haben wir die Ratte, den keiner will. Komm mal hoch. Wer bist denn du? Hi. Ah ja, sie haben ihn umgebracht. Schön. Man muss halt echt sagen, es ist teilweise, manchmal sogar, ähm, und Olog mitzunehmen ist teilweise manchmal, das ist eine der wichtigsten Sachen, die man überhaupt machen kann in dem Spiel. Bei einer Eroberung, finde ich persönlich, ist mir jetzt gerade so eingefallen. Weil, ähm, alle anderen Uruks brauchen halt unglaublich lange, um das Tor einzureißen. Und die, so, nur so ein paar Minütchen. Die sind alle, ihr seid alle, ihr seid mir ein paar Helden, ehrlich, ihr seid ein paar Helden. Aber wisst ihr was? Ich hab nicht viel übrig für Helden. Oh, shit. Wie wir jetzt mit einem Fluch? Ich will keinen Fluch. Lies doch ein Buch. Dieser Witz ist scheiße. Aber ich hab ihn gemacht, deshalb ist er wieder noch, noch, noch schlechter als vorher. So. Jetzt holen wir sie uns. Attacke! Oh, scheiße. Attacke! Stirb, du Sau! Das meinst du, was ich gerade hier mache? Ey, lass den Karagor in Ruhe! Yo, was geht denn hier eigentlich ab? Also, wenn's mal zur Sache geht, dann richtig. Verpiss dich durch. Kein Mensch will dich sehen. Wagt es mit mir zu reden. Ich will nicht mit dir. Nein, hau doch ab! Hör doch auf! Es tut doch weh wie Sau. Ich hasse durch den Turm. Ich hasse ihn. Wirklich. Ich mag den überhaupt nicht. Oder auch Nackra, der Turm. Das ist auch so ein Spezialist, den ich überhaupt nicht leide. Was ist jetzt passiert? Wenn ihr flüchtet, habt ihr die Klingel in Ruhe! Was ist denn das für einer? Der Spalter! Cool! Also, irgendeinen muss man halt auch rumbringen. Okay, alles klar. Aber ich will diese Festung haben. Der Bruce, also wenn ihr das so sagt, dann denkst du dir gerade so. Ist wie so ein kleines Kind, dass das echtes Geschenk bekommen hat, dass es überhaupt nicht wollte. Und ich glaube, ich kenne den einen Orlog. Das ist Achenek, der Champion. Ach, das wäre doch nicht nötig gewesen. Und ich nehme deine Schwerter und schiebe sie dir senkrecht in den Rücken. Ja. Man muss halt sagen, eine Sache, die Maske hat halt an Spezialmäßigkeit verloren. Dadurch, dass es sie so häufig gibt. Was haben wir hier noch? Der Rächer. Cooler Name. Naja gut, der Rächer, also den bekommt man halt, indem man seinen Blutsbruder rächt, glaube ich. Ich finde es halt krass. Der hat hier die Narbe. Man sieht hier krass viele Narben. Und der hat halt auch noch, ähm, ja, den anderen Scheiß da am Arm. Ich glaube, was war denn das gerade eben? War das ein... Was ist denn das? Das ist ein Bre... Ach, das ist auch noch ein Brecher, der Rächer. Der Rächer ist ein Brecher, das ist gut. Den haben wir überhaupt eigentlich... Ah, geil. Sehr gut. Wunderbar. Schön. Ich wusste gar nicht, dass ich überhaupt einen Leibwächter dabei habe heute. Aber es ist sehr schön. Oh Mann, leck mich doch am Emmel. Du elende Ratte. Ähnlich. Ich hasse dich. Ich hasse dich. Ich hasse dich. Ich schlag auf dich einmal. Und ich hasse dich auch. Ich würde heute gerne mal wieder ein bisschen Olockreiten machen. Das fände ich ganz witzig. Oh, Alter. Hat er mich jetzt echt gerade... Der hat mich jetzt echt gerade fast unterbracht. Wenn ich gerade so schön am Scheiße schwätzen war und euch ein Ohr am Kauen... Und euch fast ein Ohr abgekaut habt, dann wollte er mich umbringen. Ich glaube, das können manche verstehen. Komm doch her, du... Ich brauche Leben. Lebenssaft, Lebensenergie, alles Mögliche. Alles, was du hast. Und den dort ohne, den ärgern wir jetzt ein bisschen. Oh, cool. Dem fehlt sogar ein Bein. Haben das die eigentlich auch immer? Die Sturmbringer? Könnte man die Kommentare schreiben. Ich bin mir ein bisschen unschlüssig. BAM! Und deswegen musst du mich jetzt ansprechen. Du, du Lappen. Du kleiner Waschlappen. Du Lappen für Gemüse. Ich weiß nicht, ob das irgendwie einen Unterschied macht, ob man jetzt ein Lappen für Gemüse ist oder generell ein Lappen. Aber er ist ein Lappen. Eine Waschlappen. Eine gewaschene Lappen. Nicht mehr ein gewaschen Lappen. Das ist ein Dreckslappen, ist das. Geht zum Teufel und stirbt jetzt, Mann. Und hört auf, eure Leute wieder zu holen. Das ist doch scheiße. Das ist doch asozial, was ihr macht hier so langsam. Da kann man ja nichts anderes außer aggressiv werden. Ich bin nicht aggressiv. Ich weiß gar nicht, was ihr habt. Ich bin nur leicht laut. 90 Dezibel ist meine Grundlautstärke. Warum schreien Sie? Ich schreie gar nicht. Das ist meine normale Lautstärke, in der ich rede. Zimmerlautstärke. Meine Nachbarn bedanken sich wieder. Komm her, du Rächer. Dir tue ich jetzt auch noch eine Narbe mitgeben. Damit du genau weißt, wen du hier gerächt hast. Nimm mich niemanden. Tut weh, ja. Aber keine Sorge, der Schmerz verschwindet nicht. Hi. Boah, klasse. So. Jetzt schlitzen wir erstmal den großen hier ab. Hey. Gerne. Hey. Aber ich kann auch noch Urux wiederbeleben. Es war nicht gut, aber immerhin ein wenig. Hier ist nur Platz für einen Dekromanten. Du fettes Rindvieh. Jawohl. Wo ist er? Jo, krass. Jo, krass. Dann sieht mich nur noch so durchs Bild rein mit dem Orlog. Ja. Ich wollte damit eigentlich Frack Sturmbringer umbringt. Aber um. Aber was soll's. Juhu. Nice one. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr lasst ein Like, Bewertung, Abo, da. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Hau da rein. Bleibt dabei. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tadion, gib uns das Signal. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Bis zum nächsten Mal. Tschau. Macht's gut.